servus liebe world of warcraft freunde oder servus meine lieben unterstützer und supporter an dieser stelle ein video in eigener sache denn ich möchte noch mal auf einen kanal von mir verweisen den ich theoretisch wie lange haben wir den denn jetzt mittlerweile ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht da oben stehen glaube ich die infos ab dem seit dem ersten sechsten 2023 also etwas über ein jahr ich hatte mal halbwegs relativ regelmäßig hochgeladen mit 208 videos aber dann das ding irgendwann fallen gelassen weil ich neben ww und so weiter keine zeit dafür hatte es war relativ bunt gemischt und wir haben hier auf dem kanal alles gespielt was ich quasi privat gerne mag also ein bisschen e-racing das hatte ich damals neu angefangen per world war dabei fortnight die afc also fifa ein rückblick in mein allererstes mmo aller zeiten wir haben f1 23 gespielt den formel 1 manager haben wir gespielt ich habe ein bisschen einblicke in meine arbeit als videospiel tester auch gegeben und habe da so ein paar kurz reviews hochgeladen zu ein paar spielen die ich damals getestet hatte wir haben pokémon gespielt diablo 4 diablo 3 also es war ziemlich ziemlich viel dabei und jetzt möchte ich das ganze wieder ein bisschen aufleben lassen ich weiß das neue ww addon steht vor der tür und man könnte jetzt fragen nimmst du dir da nicht ein bisschen zu viel vor nein weil ich aktuell bin ich ehrlich ich habe im moment nicht so viel spaß an ww ich hatte auch nicht so viel spaß an der alpha und beta von the war within ich werde das spiel natürlich trotzdem spielen und versuchen mit leidenschaft meinem job hier auf gisex nachzugehen aber in den nächsten wochen kommt einfach so viel worauf ich mich eigentlich mehr freue als auf world of warcraft beispielsweise der star wars outlaws heißt es ist glaube ich kommt madden nfl 25 kommt nba 25 kommt die afc 25 kommt das sind alles spiele wo ich normalerweise hunderte stunden rein butter das ist ein bisschen doof dass ich das jetzt gerade mit dem launch hier überschneidet im moment ist der f1 manager der neueste teil rausgekommen auch da habe ich bock drauf auch das möchte ich gerne spielen und dementsprechend dieses video eine kurze bitte in eigener sache ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helft hier zu abonnieren wenn wir hier ist schnellstmöglich über die 1000 abonnenten schaffen das wäre geil denn ich möchte mich für die lange zukunft ein bisschen unabhängiger von world of warcraft aufstellen gleichzeitig aber auch weil ich merke es ist teilweise wenn du nur ww machst weil du den kanal hast du bist irgendwann so in diesem spiel nur drin dass du kaum noch was anderes machst und ich würde gerne auch ein bisschen andere sachen spielen und vor allem euch daran teilhaben lassen weil ich einfach sehr sehr breit aufgestellt bin was das angeht und ich hätte bock wenn es cool wenn ihr mich da begleiten würdet und wie gesagt das heißt nicht dass mein main channel dann keine liebe mehr bekommt ww ist meine große leidenschaft das wird sich auch nicht ändern aber ich würde trotzdem gerne mir macht es einfach spaß videos über bestimmte sachen zu machen und ich möchte es nicht wie andere youtuber auf meinem main channel dann auf einmal habt ihr die ganze zeit ww und dann kommt keine ahnung nba das möchte ich nicht machen das hatte ich ganz am anfang mal probiert das wird es so nicht mehr geben ich habe auch alle videos gelöscht hier die nichts mit ww zu tun haben also die sechs bleibt ein reiner world of warcraft kanal aber die sechs games der soll sich noch ein bisschen weiterentwickeln dürfen da wird jetzt auch wieder ab und zu ich weiß nicht ob es daily uploads werden es werden regelmäßige uploads wieder kommen aber ich weiß nicht ob es daily wird je nachdem ich glaube mit dem addon start wird das vielleicht zu viel aber es sollen regelmäßige sachen kommen und ich würde mich freuen wenn ihr mich da unterstützt link in der video beschreibung und ja das war's auch schon ich danke euch für euren support bis dahin gute zeit reingehauen